Anna Maria Damm, überglücklich. Baby ist da. Jetzt sind sie zu viert. Anna Maria Damm, 27, hat eine Tochter zur Welt gebracht. Auf Instagram zeigt die frisch gebackene Mama ihr Glück. Sei hallo to our girl k-a-i-a. Kommentiert sie eine Fotoreihe, die das kleine Mädchen mit all ihren neuen Familienmitgliedern zeigt. Nicht nur die Influencerin strahlt vor Freude, auch ihr Partner Julian Gutjahr, 26, und ihre erstgeborene Eliana, 4, wirken Schock verliebt in den zauberhaften Zuwachs. Es geht uns gut und sind überglücklich, sick, bestätigt das Ex-Model den ersten Eindruck. Die Kleine ist ein absolutes Wunschkind. Im November 2022 verkündete Anna Maria fast fassungslos die Baby-News. Our family is growing, wir können es immer noch nicht realisieren, schrieb sie damals zu einem Foto. Das sie mit kugelrundem Babybauch und ihren beiden Liebsten zeigte. Damals hatte die 26-Jährige bereits schwere Schicksalsschläge erleiden müssen. Nach der Geburt von Eliana hatte sie gleich zwei Fehlgeburten. Traumatische Erfahrungen. Die sie immer begleiten. Nun jedoch bringt die kleine Kaya wieder Sonne in Anna Marias Leben. Schöner könnte der Frühling nicht starten. Verwendete Quelle, Instagram.com